Na gut. Kann es auch überall rauf gehen, ne? Wir sammeln ja auch diese kleinen Tierchen, ne? Die werden an jeder Ecke irgendwo drauf sein und... Die werden wir nicht so finden, alle. Die werden wir nicht so bekommen. Nichts! Nichts! Das war ein Lobster! Das war es, wenn Sie viele Jahre alt sind. Das war ein Lobster! Perfekt. Oh, fuck. Ich hab mich zu früh gefreut, ne? Äh, doch... Okay. Danke für den Follower. Ooh! Ich hab mich zu über den Kran. Ich hab mich zu über den Kran. Huh, was duということで? Ja, ich hab mich zu über den Kran. Ah, ich hab dich. Ich bin nicht immer überrascht! Ich bin nicht überrascht! Das heißt, es geht ab. Oh, bitte! Ich gebe es! Blue Detonation! Was? Wauw! Oh! Wow! Was ist mit dem hier eigentlich? Okay, sie hat die noch gerettet. Das war cool. Die machen auch so verschiedene Attacken zusammen. Power-Attacken, das ist cool. Da finde ich jetzt so eine Animation auch cool, wenn die... ...bei den Action sind. Äh, hol mir die Leute da raus. Ja, klar. Ja. Ja. Ja, das ist Loran. Ja, das ist Loran. Wir haben uns die Hände zu holen, um zu helfen. Wir müssen uns die Hände zu holen. Ich verstehe. Wir müssen uns alle bereitstellen. Bitte, bitte bitte. Ja, bitte. Oh, hier wird's düsterer. Und wir sind jetzt anscheinend auch im Gebiet. Wie mag ich den Happy Drachen? Ja, ich mag den auch. Neue geheiligter Bodenmerkmale. Okay. Mavka, alles klar. Piri, 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 piri. Piri, 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 piri. Schmied, Siegel verbesser. Ich weiß nicht, genug Schätze. Aha. Können wir mal noch nicht machen. Ha! So, Stufe 10. Kann ich hier noch was machen? Oh, fuck. Ach ja, ja. Gut, haben wir erst mal verbessert. Verkaufen. Du kannst Gegenstände für Rupien verkaufen. Du kannst sie aber nicht mehr zurückkaufen. Bedenke das vor jedem Kauf. Glitzerstein K. Glitzerstein. Wie hoch kommst du mit deiner Stimme, Lisa? Ich weiß es nicht. Also ich könnte vielleicht noch ein Tickel. Aber da müsste ich ein bisschen lauter werden. Das wäre halt nicht so cool. Ach, Ben, man leckt mich doch. Ernsthaft jetzt? Jetzt muss ich so bleiben. Jetzt muss ich zwei Minuten so bleiben. Na gut. Dann gehen wir jetzt erst mal die ganzen Goblins schlachten. Wir haben es verdient. Oh, das ist, ähm... Oh, die warten auf uns. Das sind sehr viele. Oh, wow. Das sind wirklich sehr viele. Dann springen wir mal runter. Ähm. Das wird ja ein Spaß. Oh, das klingt gar nicht gut. Hatte gerade Ton aus, was? Oha. Das war eigentlich eine toerische Frage. Ja, ich habe aber leider Kanalpunkte, die dafür auch leider sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm. Ja. Langes Schild, wahnsinniger. Das ist toll. Zu allem fähig. Ja. Kein Fluch noch. Das auch noch? Wow, danke. Vielen Dank. Das sind doch noch andere Gegner. Oh, guck mal, ich bin auch in dem Game. Niemals. Nein. Jetzt zwei Minuten sind um. Gott sei Dank. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Are you listening? Okay. What? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. hehehe 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 What the fuck was I supposed to see together? Wow, what the fuck was that? Ah, ich sollte mich erst um die kümmern. Ja, aber ich weiß gar nicht, was er machen soll. Ja, wir müssen aber erstmal auch die hier besiegen, die sind ja auch nervig. Ja, ich muss mich wissen, wie es er erzählt hat. Ja, ich weiß gar nicht, oder? Ja, ich weiß gar nicht, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Jäger Drühe, ich weiß gar nicht. Ja, klar Pref' ich nicht. Können wir mitmachen? Einige Bosse verfügen über den Effekt Blutdose. Der Effekt macht den himmlischen Künsten so unwärksam und reduziert den erlittenen Schaden erheblich. Zum Glück ist dieser Effekt nur vorübergehend. Oh, toll. Okay, jetzt rastet der aus. Der nimmt sein Schild als Schaufel. What the fuck? Das ist ein Schilder. Das ist ein Schilder. Ja, 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 ja. die wird am horizont Cooler Kampf. Shippo! Danke schön. Oh, das ist ein Geisel. Ach so, es ging ja doch. Es ging ja dann. Wow. Ich will nur Loot. Was ist das? Ich bin wirklich dankbar. Ich bin wirklich gut. Ich bin wirklich gut. Ich bin ja... Ich glaube, dass ich mich nicht mehr so verabschiedet habe. Komm nicht mit diesen Sprüchen mit Vertrauens. Also wir sind fremd. Ich mag es auch nicht, wenn irgendeine fremde Person sagt Vertrau mir. Nee. Bibi. Lisa, vertrau mir. Ich bin kein Gefluss. Ich bin kein Gefluss. Ich glaube, ich bin kein Gefluss. Ich werde euch auf dem anderen Weg gehen. Aber wenn es ein Gefluss ist, dann kann ich nicht hin. Ich habe noch nicht den Gefluss. Ich glaube, ich bin mir nicht bemerkt. Ich bin mir überrascht. Ich bin mir überrascht. Ich bin fast auf dem Weg. Das ist ein Gefluss. Kapitel 3 Schöpfung der Sterne Fähigkeiten Okay Oh Etwas Neues Verzaubern Hitzkopf Ich sehe schon, sie ist hier die Heilerin Die müsste ich dann auch Und er wahrscheinlich Unser Tank Heilung, Schaden Bestärkung Okay So, die zwei Nebenaufgaben haben wir fertig Bei dem hier Ja, weiß ich auch nicht Gegner Oh, wir haben Was Wo kommen jetzt die 32 Punkte her Oha Okay Was ist das fair aufteilen hier? Okay Okay Sehr gut Also müsste ich operiert werden, würde ich mich einfach ablenken und den Abend noch genießen. Und sich keinen Stress machen. Was natürlich leichter gesagt ist als getan. Was ist das? Das ist ein Scherzer. Was ist das? Wenn du dich nicht verletzt, dann würde ich mich nicht mehr sagen. Ah. Was ist das? Ich habe ein wenigstens ein声 gehört. Ich habe es sehr glücklich. Ich habe mich sehr gefühlt. Ich habe mich für mich geholfen. Was ist das? Wir schauen uns mal. ich werde hier fast erschlagen ist am brot hab heute nicht so viel gegessen was ist das denn ein schleimchen jetzt war es wieder mit zeit ich habe nichts anderes hier machen also bin ich hier richtig wenn es dich ablenkt dann auf jeden fall ich weiß ja nicht ob das so sicher ist oh ne kisse lieben eins okay Was ist das? Was ist das? Ich bin schon fünfmal operiert worden, mein Tipp ist gar nicht dran denken, mir hat das geholfen. Ja, es ist manchmal schwierig, das aus dem Kopf zu kriegen. Vor allem, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Das ist aber völlig normal. Ich meine, ich hatte auch Schiss, wo ich operiert, also nicht mal operiert, das war einfach so ein Eingriff, aber da habe ich halt auch Vollnarkose und so gekriegt. Da macht man sich halt schon Gedanken aber. Viel ablenken auf jeden Fall. Aber ich und Narkose mögen uns nicht so. Ich kann das absolut verstehen. Ist auch immer das unangenehmste an der Sache. Ich bin immer völlig tief in Sparen vor APs. Das ist doch sehr gut. Das kann halt nur nicht jeder. Ich bin da auch keine Ausnahme. Oh. Wir sind alleine. Oh. Wow. Ja, wow. Nao. Wie geht es nicht. Ich habe noch einen Weg gegen den Kopf. Einfaches fliegen. Geht ihr. Geht ihr? Nein. Geht ihr. Geht ihr. Geht ihr euch. Geht ihr euch. Geht ihr euch an. Geht ihr euch. Geht ihr euch an. Geht ihr euch an. Geht ihr euch an. Ja, wartet auf mich. Okay, Möko geht morgen für mich dahin. Aber was muss denn an deiner Hüfte gemacht werden? Aber auf jeden Fall... ...schonmal gute Genesung. Dass es schnell verheilt. Dass es schnell hinter dir hast. Hüfte aber keine Rede. Hab ich das falsch gelesen? Ich hab das nur nebenbei gelesen. Ja, ich hab irgendwas falsch gelesen. Komm ich auf Hüfte? Ich merke, dass ich sehr müde bin. Ähm... Unser Leib ist nicht nur Hüfte. True. Ja, mein Hirn ist heute nicht funktionsfähig. Das ist so beleidigend. Deswegen bin ich froh, dass ich hier nur draufschlagen muss. Nicht mal vorlesen. Außer ein paar Sachen, aber dann bin ich sehr beruhigt. Äh, und Panik kriegen. Oh shit. Ich leide auch hier gerade mit dieser Ansicht zu rennen. Äh, uff, okay. Das wird ja lustig. Oh, da ist noch eine Kiste. Hihi. Ähm, Ausrüstung. Äh, okay. Dann kriegst du das. Oh, warte, Fähigkeiten. Warten wir auch noch was. Fähigkeiten. Warum kriegen die die ganze Zeit was gelernt? Ich will auch. Sollen das. Ich kriege gar nichts. Dann speichern wir mal kurz. Wusch, 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 so eine Windbügel, Alter. Erinnert mich an jede Replika mit dem Wechsel der Perspektiven. Die Kirche hat genauso frech wie du. Oha. Hallo. Tschüss! Lassen wir uns jetzt, weiß ich nicht, wegpusten? Lassen wir uns dann wiederholen. Soll es die Zeit, dann kann ich es auch noch nicht mehr sagen. Soll es die Zeit, dann kann ich es auch noch nicht mehr sagen. Woher? Woher? Ja, das war's. das sieht echt cool aus Die Beine haben Schwachpunkte, das ist auch sehr interessant. Aua. Schwächungsflut. Ja, sag ich doch. Ich kann nichts machen. Gefallen in der Schlacht. Oh nein. Gefallen in der Schlacht. Das ist besser. Das war's für heute. Oh, die kann so gut lachen. Was macht der jetzt? Oh, fuck, jetzt fliegt er hier durch die Gegend. War jetzt aber knapp. Alter, was sie für Viecher hat. Wandlung? Was? Okay. Kann niemand lesen, muss grad aufpassen. Wir müssen den Kampf labern, halt die Klappe. Wir sind in einer Notlage. Hört auf zu Smalltalken! Smalltalken! Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. iversiong. Da geht's. Da geht's. W Nestiong. W Srein. W Srein. Das war's für heute. Oh ja, das ist so ein Kuss. Das ist nochmal ein Unterschied, gegen so ein Astralwesen zu kämpfen. Okay, ich halte mich auch, ist sehr gut. Oh, shit. Der hält mich gerade ganz schön auf Abstand. Oh, der Blutdurst. Okay. Oh, der zieht uns jetzt zu sich. Das ist sehr uncool. Das ist sehr uncool. Der will sich jetzt gerade nicht mehr treffen lassen. Ah, du Arsch. Das ist sehr uncool. Das ist sehr uncool. Das ist sehr uncool. Das ist sehr uncool. Ich will etwas durchbrechen. Das ist sehr uncool. 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 Du hast nicht das uncool. Das ist sehr uncool. Aber das ist füre Luria-Chan. Alter, das Spiel, ne? Direkt die ganze Zeit so episch, dramatisch. Bis später, Kain. Die Stimme, what the fuck? Was von Yo, ey. Gute Nachtsense, schlaf gut. Oha, seine Augen. Alter, die Stimme auch noch, mein Gott, ey, ich kann nicht mehr. Das sind einfach alle Stimmen, what the fuck? Mit der Stimme, ey, der Sexy Dude hier. No, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Was ist das? Das war schon. Man kennt sich das ganze Bremseher. Man kann es sich nicht mehr rastreifen. Nein, dann hab ich nicht mehr so. Es ist nicht mehr so. налig einig, dass du willst. Ich bin nicht mehr so. Nein, du bist nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Ich fand das Wunsch. Du bist für dich! Ich bin nicht mehr so. Alter, sie hat was fertig gemacht. Wahrscheinlich, weil er die Astralwesen absorbiert, ne? Ich meine, ist ja irgendwann jetzt auch nicht so normal. Schöpfung der Sterne. Oha, das Schwert habe ich auf 10 gelevelt, was soll das? Das hat Geld gekostet. Was passiert hier gerade? Oh mein Gott, ey. Oh, ist das die Herrin da? Jetzt kriegt schon dein Nasenblut. Kann ich zu dem rüber wechseln? Ja. Ja, aber sie hat schon so diesen Psycho-Blick. Ach, fick dich. Wirklich, Mann. Ich... Nein, ihr hört jetzt... Nein! Nein! Wir fangen jetzt nicht damit wieder an. Mann! 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 Das ist alles, was wir für die Schmerzen des Istalus an! Oh, ich glaube, dass wir uns das gleiche Ziel haben! Wenn ich das sage, dann wird es schnell zu sprechen. Diese Gespräche, das war auch für Sie. Wir müssen uns dann noch mal, um zu helfen. Oh haaa Oh, die Brustphysik ist doch voll die gemeine. Sie kann das auch bestimmen, ne? Oder sie... Ständig die. Alter. Okay. Oha, sag das nochmal zu mir, du Arsch. Ich bin nämlich an Palmon. Das ist aber Happys Stimme. Okay, wir müssen sie auf jeden Fall... Die Mission ist, sie zu retten. Und gegen die Bösen zu kämpfen und wieder den Frieden herzustellen. Das ist unwürdig, ich wusste es. Wir sind doch zu schwach. Oh nein, jetzt kriege ich noch mehr Druck. Oh Mann. Boi, Alter. Und die Brust sind noch dran. Ich finde es so cool, wie man die Stimme so verstehen kann. Und die Brust ist so cool. Es war niemand. Niemand von uns war stark genug. Den Rüpel. Sag sofort, wo sie sind, sonst setzt was. Das ist so wie Erza. Ich brauche die Information. Ich brauche die Information. Das hat wohl eh nicht gelbens. Mhm. Das war's für heute. Ja. Ah, ja. Hm. Ja, das ist das GranCypher, aber ich werde es fertig sein. Natürlich habe ich auch geholfen. Ich habe das neueste... Hm? Oh nein, das ist überhaupt nichts. Das ist das hier. Und dann ist es... Ich habe einen neuen Wettbewerb mit einem neuen Wettbewerb. Ich habe es nicht geholfen. Ja, ja, die Diamonds. Erstes Teammitglied. Plus. Oha, der kennt sie? Natürlich. War ja klar. Der erste Verdächtige. Ich krieg neue Klamotten. Ja. Endlich ist das pinke Scheißding weg. Ja, das sieht doch viel besser aus. Nice. Endlich sehen wir wie eine Kriegerin aus. Zum Miss Fass. Sei ruhig. Das da hinten ignoriere ich einfach. Okay? Nee. Doch. Warum ist es schwer? Oh, Mann. Egal, die Kleidung sieht trotzdem cool aus. Und die Frisur bleibt. Ja, so fühle ich mich gerade. Yes. Ich versuche sie positiv zu halten. Okay. Ja. 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 Dann kannst du bestimmt aufwerten. Bestimmt. Ich muss nur genug Gegner schlachten, dann habe ich eine rote Rüstung. Dann fällt das nicht mehr auf. Die Hoffnung habe ich noch. Ja. Nein. Ich habe es schwer. Sie sind, ich empfinde. Ich habe es gar nicht so commissions. Dann bekomme ich das bereits. Es hatte das Wasser zu ber Iireisch. Ich habe es gar nicht aufgel�endrungen. Ich habe es richtig aufgelenkt. Ich habe es die Möglichkeit, als ich geschle Have. Ich habe einen Schraubıs Kleidung gesehen. Diese Pselle sind sehr leer. Ich habe es eine Westerung mit dem Schraub. Ich habe ihn nicht gelegt. man sollte Glocken nicht ignorieren